Level spielen? Ja, möchte ich. Ich habe ja nur gefühlt 15 Leben an der einen Stelle verbraucht. So wie es hier aussieht, ist hier links nichts. Hust. Ist das hier? Da ist auf der anderen Seite eine Zielscheibe. Aha. Ah, ein Bonuslevel. Cool. Ein Bonuslevel mit festhalten. Juhu. Geht hoch. Nein, ich bin zu langsam. Bei dem Spiel hat man echt Probleme. Man kann seine Kamera fast nirgends wohin tun, weil man immer irgendetwas verdeckt. Da müsste man fast das Spiel ein bisschen kleiner machen. rein. Halt. Oh. Nein! Ah, ich dachte, ich komme da hoch. Ah, ganz knapp doch nicht. Das ist ein Bundeslager. Probieren wir nochmal. Das schaffe ich. Ich glaube an mich. Ah, super los. Nach links. Da rüber. Einmal und einmal das. Jawohl! Oh! Du hast doch runtergefallen. Ei. Ei, ei. Nein, wir haben eine Banane, für die ich vorhin gestorben bin. Die spielst du hast. Der rüber. Die spielst du hast. Der rüber. Die spielst du hast. Hallo! Der alte Mann Was macht der hier schönes Ah in München Okay Hat mir noch nicht so funktioniert wie ich wollte Ah hier kann was ziehen Da oben kann man auch was ziehen Wie kommt man da hin Ah Getroffen Okay Ne das will ich nicht Boah Mir ist noch vom Super Nintendo gewohnt Dass ich da die Schultertasten halten muss Irgendwie Ach man Wo kann ich denn da rüber Aha Wollte ich nicht Okay 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 so geht das Gut Mit dem Cranky man Ah Ah Jetzt hab ich Fast an allem vorbeigelaufen Ach Ui Ui Na toll Sein Einkommen Genau so Ja aber Jetzt hab ich nur noch ein Leben Habe ich mich nicht geduckt Duckt man sich nicht so Doch Ah War ich zu langsam Mist Jetzt hab ich mich nicht geduckt Ok, das hab ich geschafft. Wow. Sehr gut. Ah. Nein! Ach. Na toll. Aber so würde ich mich ducken. Ist schon richtig. Puff, puff, puff. Pinkpong. Oh, da. Hä? Gar nicht gesehen, dass so was ist. Ach, das Schnecke ist unter dem Ding. Oha. Das ist ja frech. Ach, Mann. Wow. Komm her, Frau Schnecke. Ist da nicht was rechts? Sieht das so aus, als ob da rechts was ist. Jawoll. Da rechts ist was. Ah, da ist auch eine Schnecke. Die hab ich vorhin gar nicht gesehen. Die hat es verraten, eigentlich das Versteck. Mann. Ich hab immer so ein gutes Timing, dass ich genau so springe, dass ich ihn opfer. Jetzt komm ich natürlich nicht mehr hoch. Aua. Geh. Jawoll. Ich hab alle. Und... Zack. Ist da was Schönes dabei? Nur ne Münze. Kommt er nicht hoch. Ach doch, hier. Ne. Würdest du sagen. Nein. Was ist da oben? Komm ich nicht hoch. Das verleiht wahrscheinlich irgendwie noch eine Art Bonusausgabe oder sowas. Aber dafür brauchen wir wahrscheinlich unseren Cranky. Okay. Nur 4. Das ist wenig. Cranky mit seinem Pogostab. Ja, der ist cool. Lecker. Ich war hier oben bei dem Level und da gibt es scheinbar noch einen Secret Exit, den wir nicht bekommen haben, weil wir mit dem Cranky das zu Ende spielen hätten müssen. Und ich würde sagen, das probieren wir jetzt einfach mal. War das das Hasslevel? Ich habe im letzten Stream glaube ich... Ne, das war nicht das Hasslevel. Beim letzten Stream hatte ich ein Hasslevel dabei. Das war echt böse. Da habe ich vorher noch gesagt, hohoho. Ich habe 32 Leben. Ist ja voll einfach. Da kam ich an eine Stelle und am Ende kam ich noch raus. Dann habt ihr geschafft mit 17 oder 16 Leben noch. Das war echt bitter. Dem aufmerksamen Zuschauer wird aufgefallen sein, ich habe mein Gesicht an der anderen Stelle jetzt. Oh, was war das? Ich habe es fallen gelassen. Aha. Mein Gesicht an einer anderen Stelle. Weil da rechts oben war es irgendwie ein bisschen weit weg. Ich hoffe mal, da ist es besser. Komm zurück Schildkröte. Tu mir das nicht an. Schildkröte, ich brauche dich. Komm zurück. Jawohl, da ist sie wieder. Wuhu. So, neuer Versuch. Jawohl. Wuhu. Oh, ich glaube, den habe ich schon geschafft beim letzten Mal. Oh. 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 Ups. Ich habe es fallen gelassen. Ach, die Learen. Das ist echt hier. Mein Hass. Oh. Oah. Huh. Boah. Boah. Nein, nicht geschafft. Fuck. Ich glaube, das hatte ich letztes Mal schon geschafft, dann bin ich guter Dinge. Wenn wir noch unseren Kleinen dabei rein theoretisch könnten wir also noch ein paar Leben sammeln, aber nicht so. Das Kong hatte ich glaube ich auch schon gehabt, da ist Cranky, naja, ein Leben ist besser als nichts. Oh, da hinten hat es nochmal was, da ist nochmal was explodiert, ne doch nicht, pass aus, war nichts. Okay, wir nehmen Cranky, weil, ich glaube, ich bin schon wieder da, ich glaube da hinten könnte was, wie geht das, wie ich das noch kann gleich, ah, tatsächlich, sah das so aus, weil dann ging es weiter. Mal was ziehen. Das ist das Paradelevel für Cranky, so wie es aussieht hier. Oh, da ist schon ein Vieh. Oh, man kann sogar auf den springen, ist ja cool. Nein. Verdammt. Oh, der ist einfach gestorben. Kann ich dir jetzt hier runter gucken? Ich sehe doch jetzt gar nicht, wenn du schießt. Oh, das seht ihr. Jawoll, getroffen. Ah, der war gut. Ah, nein. Achso, festhalten. War eine andere Taste. Ah, hier kann man was ziehen. Genau, und jetzt haben wir das Puddel-Taste, das hatten wir letztes Mal schon mal nicht, das ist schon mal cool. Okay, was ist da drüben noch was? Oh. Ja, aber ich glaube, das ist so richtig, ne? Ah ja, da werde ich rüber geschossen. Okay, passt. Ich will da lang. Ich will da lang. Ja, Schweinchen, hallo. Ist da unten was? Werde ich das herausfinden? Nein, ich werde es glaube ich nicht herausfinden. Ich möchte nicht sterben. Ich glaube, beim Cranky musste ich noch bis zum Ende kommen und am Ende hätte ich glaube ich noch seine Springerhöhung, also hätte ich noch seine, ähm, seine Fähigkeit gebraucht, weil da muss irgendwann Secret Exit sein und vielleicht ist das weiter oben dann da. Da bin ich jetzt noch nicht mehr so sicher, aber ich werde es hoffentlich herausfinden. Äp, 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 äp. Ah. Als ob ich es geübt habe mit dem. Äp, 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 äp. Oh. Oh. Ui, es war knapp. Die hängen... Oh. Oh. Oh, knapp. Oh. Nein, bleib, oh. Halt dich doch fest. Oh. 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 Cool. Wenn ich das nochmal machen soll, wüsste ich nicht, wie es geht. Das war ja gerade, echt ne Paradidisziplin. So. Zack. Natürlich nur noch ein Leben. Was passiert denn eigentlich, wenn ich hier Cranky-Spezial mache? Münzen, verdammt. Ich hatte ja irgendwie gehofft auf was, was Herzen gibt. Das war davor. Ah, da ist ein Herz. Jawoll! Nein! Das war aber knapp. Oh, jetzt habe ich nicht geguckt, wenn unten irgendwas wäre. Ah, doof. Ah, wieder ein Herz. Sehr schön. Herzen sind verdammt wichtig, weil ich will ja den bis zum Ende halten. Da oben war was, aber da war ich mein letztes Mal, glaube ich, schon drin. Oh, die fallen sogar runter, wenn die gerade unten sind und man da draufhaut. Das ist ja cool. Profi bei den Lianen. Ja, ja, das fand ich auch, Namini. Danke, dass du meine Leistung würdigst. Ja. Und drüber. Was ist jetzt? Ah, da oben ist auch noch bestimmt was drin. Oh, war ich damit letztes Mal schon? Ah! Oh, noch hier unten. Zehn Sekunden habe ich noch. Und fall nicht runter, bitte. Huh. Ich glaube, das war das letzte Mal. Dann hatte ich das eine. Ja genau, das eine hatte ich schon. Cool, dann habe ich jetzt alle Puzzleteile hier. Wow. Nicht schlecht. Ich bin ja fast stolz auf mich. Ah. Oh, es klappt. Geh weg. Geh weg. Hier ist das Geh. Das Geh hatte ich beim letzten Mal auch nicht gehabt. Bin ich irgendwo anders abgebogen. Oh. Ähm. Münze. Oh, voll vorbei. Ah, hier wollte ich nicht raus. Nee, Quatsch. Ich wollte jetzt... Den richtigen hatte ich ja schon. Da oben ist nämlich was. Genau. Letztes Mal auch gesehen, aber ich kam nicht hoch. Und hier? Ja, jetzt komme ich hoch. Super. Ah. Und rüber. Jawohl. Uhu. Ah. Zack. Ah, Mist. Ah, ein Tick zu früh. Alle Puzzleteile. Yay. Yay. Woohoo. Cranky. Gefällt mir. Sieht cool aus. toh. Wie. Dasorer. Soh, Was. Der ist gut. Oh. Aufere details. Ah, was. Oh. Er ist weg.